Hallöchen und herzlich willkommen zu COD Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer, diesmal der Hardcore Modus. Muss ja alles mal ausprobieren, vielleicht kann ich so ein bisschen mehr töten, wenn ich nur einen Schuss brauche. Wer weiß, wir gucken uns das mal an. Also, ja, Hardcore Modus ist halt, glaube ich zumindest, alles mit einem Schuss töten. Also, Real Life mäßig, ne? Könnte man auch ein bisschen taktisch vorgehen. Gut, das ist nicht wie ich. War jetzt nicht so geil. Sprayen ist hier natürlich krass. OP. Spiel macht hier weniger Sinn. Oh, ich habe auf die Leiche geschossen. Okay, hier gibt es keine Deathcam anscheinend. Das spart uns natürlich ein bisschen Zeit. Nicht getroffen, als ob. Nicht meiner. Auch gut. Strafe und ins Gesicht. Ich wüsste gerne, ob der jetzt gezielt hat. Das sah mir wie ein Luckshot aus. Das nicht. Wieso können die denn sofort schießen? Okay, das geht also. Und wenn ich strafe? Ah, okay. Ach man, da war ich gerade im Nachlademodus. Ärgerlich. Vorräte unterwegs. Haha, aus der Luft komm mal. Okay, hier rauf. Snipern ist hier natürlich übelst okay. Also, sniper nicht mit dem Sniper, sondern snipern hier mit. Die weindliche Konterdrohne ist aktiv. Okay. Gibt es ja auch mal irgendwer? Geh. Ich finde, geh nicht. Nein, nicht schreiben. Wow, ich habe es überlebt. Geißo. Geißo. Haha. Okay. Und wo auch immer der war. Natürlich weiß man hier niemanden als... Wuh. Ja, Sperber macht irgendwie keinen Sinn hier. Erhöhter Damage. Ist mir egal. Ich brauche nur einen Schuss. Strafen. Oh. Fuck. Ich habe nicht daran gedacht, dass da eine Klippe ist. Verdammt. Das hätte ich jetzt auch gerne in der Rückblende gesehen. Erwartet hier nur, dass seine Leute da durchlaufen durch die Granaten. Das ist jetzt auch nicht so die geilste Taktik. Verdammt. Hat er mich gemessert? Ja, ich weiß, dass Sperber bereit ist. Ist mir aber egal. Ich guck hinter dir. Keine Angst. Was? Alter, die Reflexe von manchen Leuten, die ihr Leben lang dieses Spiel spielen. Ist ja Hammer. Weil ich als Kaffensportler habe jetzt nicht die schlechteste Reflexe auf diesem Planeten, nehme ich an. Ein Grund, warum ich das spiele, Reflexverwässerung, gehört, das soll funktionieren. Warte, jetzt fängt es an zu ruckeln etwas. Alter, was soll denn der Scheiße? Hat er überlebt? Das ist ein Scherz. Mann, wieso überlebt er das denn? Herrje. Ich habe ja auch gar nichts zu erzählen. Ich wollte eigentlich was Lustiges erzählen. Und ich habe schon wieder... Alter, was ist mit denen los? Und da kommt der Nächste. Naja. Es gibt natürlich weniger faire Duelle, würde ich sagen. Weil man hier sehr leicht einfach einen Zack von hinten oder so kennen kann. Ohne, dass diese Person überhaupt irgendwas machen kann. Es ist, als ob sie als erstes da hingucken würden. Ja, müsst ihr mir nicht immer sagen. Ich kriege sowieso keine coole Killstreak oder so hin. 2, 2, 1... Ah, fast! Eine Sekunde. Verbündete Drohne nähert sich. Ich glaube, Straven ist hier nicht so geil. Also, das Leiden, keine Ahnung, wie es heißt. Außerdem haben die alle viel schneller Reflexe als ich. Wenn ich um die Ecke gerannt. Okay. Okay, die Dinger sind natürlich ein bisschen OP. Weil die One-Hit-Killen und man immer noch 5 Millionen Schuss braucht. Bleib doch nicht stehen! Was ist denn mit dir los? Ach, da war doch einer. Ne, einer von uns. Dachte ich schon. So. Sind wieder in der Mitte. Gleich. See, ein Geleuchte. Weg von der Maschine. Bildliche Präzision. Schreckt mich doch nicht so. Natürlich von da. Okay, komischerweise habe ich jetzt auf jeden Fall mehr Frames als im ersten... Äh, weniger Frames als im ersten Video. Nein! Warum? Ich bin doch dagegen gesprungen. Gott, wieso? Ach, komm schon, ey. Das ist halt echt ärgerlich, ne? Das ist natürlich ein Modus, wo man sich mehr aufregt als in einem normalen Modus. Wo man nicht One-Hit ist. Weil man immer wieder denkt, oh, ich habe doch so eine... Weiß ich nicht. Und die Killstreaks gehen zum Beispiel verloren. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Was? Ach, von hinten. Okay. Es leid. Echt jetzt? Aber das sehen wir jetzt in der Cam, oder? Den letzten Kill. Ja, nee. Doch. Doch, jetzt. Wie ich da reingestraft komme. Er trifft mich. Er steht auf ganz anderen. Und trifft mich. Wie auch sonst. Ja, wieder Ninja. Alles klar. Der ist ja mit dem Schwert. Muss ich mir merken. Den will ich auch... Keine Ahnung, wer das ist. 1321, wir werden nicht besser. Immer noch 0,6. Ja, es liegt an den Waffen. Ist die Frage, ob hier vielleicht sogar die Strubflinte auch besser wäre, wegen der Streuung und ich so mehr treffe. Also, Waffen wie Sniper oder so sind nicht so geil tatsächlich. Weil du eine geringe Feuerquote hast. Operant Level 7, Extra Gear, Wildcard, Freigeschaltet, Token, Klasse 3, irgendwelche EP-Dinger, Nachtragen, Zählen, Vergelder, Medaille, keine Ahnung. Und eine Tarnung, langweilt mich. Ich will doch sowieso hier nichts freischalten. Ist doch cool. Ich hätte zwar gerne eine coolere Waffe, aber, Moment mal, wir gehen mal in den Klasseneditor. Kann ich jetzt nur hier irgendwie? Drück. Jetzt könnte ich hier irgendwie die Waffe kaufen, nehme ich an. Kostet ein Freischaltod. Freischalten und Ausrüsten. Noch irgendwelche Aufsätze? Kann ich noch irgendwie Aufsätze? Nein, gibt es nicht. Muss ich erst freischalten. Okay, wir versuchen es mal mit dieser Waffe. Ob wir da im Hardcore-Modus krasser sind oder nicht. Ich denke eher, oh cool, ein Level 774er ist ja absolut kein Problem. Da würde ich auch Public spielen und nicht irgendwie mir langsam mal einen Clan suchen oder so. Na ja. Vor allem, wie lange gibt es das Spiel? Ein Jahr oder so? Nee, nicht mehr, ne? War gar nicht so lang. Irgendwie sechs Monate? Na ja. Egal. Klasse machen. Ich hätte vielleicht lieber hier irgendwie die Waffe austauschen sollen und nicht die einzig gute in dem Spiel. Also im Anfänger-Deck. Ah ja. Die Runde spielen wir noch. Uh. Okay. Okay, jetzt ist tatsächlich wieder etwas mehr in die schlechten Frames geht's. Aha, ich bin fett. Das ist aber auch ein sehr, also ein mehr detailliertes Biom hier. Gut, Schnee ist weiß, aber sind hier, sind viele Effekte. Und, ist auch größer. Das heißt, hier wird man seltener auf Gegner treffen. Und ich habe genau über ihn drüber geschossen. Meine Güte. Das ist traurig. Der ist nicht so gut, glaube ich. Okay. Er lädt erst mal nach. Ich kann nicht drehen. Ich kann mich nicht drehen. Oh Gott, ey. Diese Granatenschmeißer. So wie ich. Ich bin hier hin. Wo sind denn hier die Gegner? Oh, schönes Schlafzimmer. Was? Ich dachte, er ist am Nachladen. Der hat aufgehört zu schießen. Ich dachte, ich könnte ihn schön langsam wegaimen. Was? Von links oder von wo? Bin ich ganz sicher. Irgendwie sehe ich hier nicht so gut auf der Map. Ich bin hell. Und dann geht es ähnlich. Weniger rennen. Nacht. Sollst du es doch höher werfen. Ich habe irgendwas getroffen, aber anscheinend. Weiß nicht, ob es was Gutes war. Nein, wahrscheinlich ihn. Ach, Mann. Ich will doch noch irgendwas töten. Wie ist das? Da stehen fünf Leute von mir und der kann sich von hinten an mich ransneaken, oder was? Welch, warum bist du nur zu mir so gemein? Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Ich komme zu gar nichts. Gib mir doch irgendwie irgendwen irgendwann mal. Nein, in dem Moment springe ich da runter, ey. Finde die Waffe übrigens nicht so gut. Was? Ach, ich muss einfach nur getrackt halten, weil die hintereinander laufen. Die Lemminge. Warum werfe ich so tief? Okay, das war eine schlechte Idee. Nein. Warum haben die alle so coole? Wieder. Ich sag da einfach mal gar nichts mehr zu. Ja, gut. Stattdessen erzähle ich, weiß ich nicht. Ich war letztens beim, ähm, nicht Moonlight Bowlen, wie heißt das? Irgendein 3D Bowlen oder so. Da kriegt man dann 3D-Brillen und dann hast du, ähm, auf dem Boden und an den Wänden und alles mögliche hast du. Und auch tatsächlich auf der Strecke manchmal. Hast du halt irgendwelche 3D-Bilder drauf. Also selbst gemalt jetzt tatsächlich. Zum Beispiel einen Drachen oder so. Ähm. Und redest halt die ganze Zeit zwar mit dieser hässlichen Brille rum. Also mit, zum, als Date würde ich nicht da hingehen. Weil die echt scheiße aussieht. Aber, ähm, tatsächlich mit Freunden und so ist es ganz cool. So ist, äh, relativ gut gemacht. Kommt, ist natürlich immer von, hab ich jetzt einen Teamkill gemacht? Natürlich immer von, äh, Dings von, ne, sag schnell, von Platz zu Platz unterschiedlich. Also von Minigolfplatz zu Minigolfplatz. So, weil, Verbindung, sie wurden rausgeworfen, weil ich jetzt den einen Teamkill gemacht hab. Echt jetzt? Okay. Naja. Äh, wir sind wahrscheinlich eh bei 13, 14, 15 Minuten. Keine Ahnung. Ich bring schnell die Geschichte zu Ende. Also, äh, weil, ist ja eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich wollte eigentlich nur sagen, das war ziemlich cool. In diesem 3D ist auch ein bisschen, ähm, war auch Schwarzlicht dabei. Also leuchtet man, wenn man weiße Klamotten hat oder weiße Zähne hat. Ähm. Und, äh, hat Spaß gemacht. Rennst da mit einem Bürchen rum so, mit deinen Kumpels. Wunderst dich über den 3D-Effekt. Man lästert über die anderen Leute, die schlecht sind in dem Spiel. Sowohl unter deinen Kollegen, als auch bei fremden Menschen. Aber war ganz cool. Ist eine lustige Abwechslung zum Minigolf-Spielen. Äh, dieses Boon-Gleit-Minigolf will ich auch nochmal ausprobieren. Da ist, glaub ich, irgendwie komplett schwarz der Raum mit nur Schwarzlicht. Also kein anderes Licht zu sehen. Das ist, glaub ich, auch noch ziemlich cool. Das wollte ich jetzt auch mal bald ausprobieren. Da kann ich ja dann auch mal ein kleines Update zu geben, wenn's interessiert. Ähm, aber das 3D-Minigolf kann ich jedem empfehlen. Äh, die nächste Station ist dann wohl 3D-Bohlen. Das wär dann auch cool. Und lustig. Da müsste aber, ähm, jede Bowlingbahn ihren eigenen Raum haben extra. Dass man das vernünftig an den Wänden und alles mitkriegt. Und auf der Bahn. Das wär cool. Obwohl, wenn man die ganze Bahn komplett, also alle Bahnen nebeneinander, ein so ein riesen 3D-Bild hat. So, weiß ich nicht, so eine Welle, die auf einen zukommt. Oder ein Graben. Oder so, wo man, der so abschüssig runtergeht. Dass man denkt, die Bowlingkugel würde jetzt vielleicht, wenn man wirft, würde die diesen Graben runterrollen und nicht auf der Strecke weiterrollen. Das hätte auch was, tatsächlich. Aber da ist natürlich ein Künstler ganz schön gefordert, bei diesem Unterfangen, ein so riesiges 3D-Bild zu malen. Da kann man sich da mal schnell vertun. Naja, egal. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, er hättet bei der zweiten Multiplayer-Folge von mir ein bisschen Spaß. Auch wenn ich wirklich bad war. Wirklich bad. Ich glaube, ich stelle es wieder auf Ruckeln um. Dann bin ich anscheinend besser. Gut. Okay. Alles klar. Ich bin raus. Ihr bleibt artig und spielt nicht so viel COD. Das macht dumm. Aber man kriegt schnelle Reflexe. Immerhin. Hat auch was Gutes. Also, bis dann. Tschüssi.